Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Wir stehen gerade, wie man es unschwer erkennen kann, vor dem großen und gewaltigen Tor von Debi und Cast Crafter auf und in das ich schon wieder hereingefallen bin. Denn neulich in einem Livestream habe ich mit euch ein weiteres Projekt begonnen, ein weiteres Redstone-Bauprojekt. Diesmal allerdings kein Prank, diesmal wollen wir nicht Debi Tor reparieren, sondern diesmal wollen wir etwas Gutes für die tun, denn wir haben Debi und Cast oft genug schon geärgert. Ja und ich wollte mir was holen, sah die Observer da vorne, dachte mir, okay, die Observer, die erkennt man, lauf hier her, hab aber nicht gesehen, dass hier Pressure Plates waren. Und ja, was passiert dann? Schlupp! Das Ganze findet man dann als Clip in meinem Livestream, wird wahrscheinlich ins Best of The Joe Craft mit reingeschnitten. Es gibt nächste Tage auch nochmal ein Best of aus den Livestreams. Ihr habt ja die Möglichkeit, mich live auf Twitch zu verfolgen und zum Beispiel solche Videos wie dieses Video jetzt gerade als Premiere zu sehen, noch bevor das Video auf YouTube veröffentlicht wird, mindestens 24 Stunden vorher, habt ihr die Möglichkeit, das hier auf Twitch als Premiere zu sehen. Also, aber ich habe mich entschlossen, für Cast und Debi etwas Besonderes zu bauen, was Schönes zu bauen und zwar einen Bahnhof zu bauen. Und diesen Bahnhof, den möchte ich euch gerne zeigen, soweit er jetzt gerade fertig ist. Er wird noch weiter gebaut, er wird noch deutlich mehr kommen. Und wir erinnern uns, wir haben ja schon einen Bahnhof gebaut, wir werden da gleich auch nochmal zurückgehen, weil auch bei uns in unserer Base gibt es kleine Neuerungen. Aber fangen wir erstmal an mit dem Bahnhof hier bei Cast und Debi. Der funktioniert nämlich wie folgt. Ein Zug kann in den Bahnhof einfahren. Wie wir sehen jetzt, dieser Zug fährt ein in den Bahnhof und ich setze mich mal in den Zug rein. Wir sehen, der Zug, der muss einen kleinen Moment hier warten, bevor der einfahren kann. Das hat was damit zu tun, dass, wie man hier unschwer erkennen kann, der Zug hier oben so hingesetzt wird. So, ich werde hier definitiv nochmal eine Kleinigkeit ändern müssen, denn es muss hier noch ein bisschen Teppich drum herum gelegt werden, dass der Zug sich nicht verschiebt, wenn er hier oben steht. Aber ihr habt das bestimmt gerade schon mitgekriegt, der Zug kommt aus dem Boden geschossen. Ich versuche das Ganze nochmal jetzt so hinzukriegen, dass wir es auch sehen, was da genau passiert. Deshalb beeile ich mich, mich mal nach oben zu kommen. Und wir sehen, der Zug, der, Achtung, kommt aus dem Boden und bleibt dann hier stehen. Besonderheit bei diesem Bahnhof ist das, was passiert jetzt, wenn ein Zug bereits da steht. Nun, wenn jetzt ein Zug in den Bahnhof einfährt, dann triggert er diesen Mechanismus und es gibt einen Wechsel. Das heißt, wir sehen hier unten aus dieser Position, der Zug, der da oben steht, kommt jetzt runter, fährt raus, zack, und der neue Zug fährt ein. Das ist quasi wie bei einem echten Bahnhof, da steht ein Zug auf dem Gleis, der muss erst mal rausfahren und der andere Zug fährt ein. Und auch hier haben wir rechts und links Verkehr. Was wir jetzt noch machen müssen, ist hier unten einen Spender hinzusetzen. Mit Zügen sollte man halt losfahren mit dem Bahnhof. Fehlt da oben ja ein Zug, dass der Zug da wieder nachträglich hingesetzt wird, denn Karst und Debi sind ja ein Team, die größer als eins, das heißt, aus mindestens zwei Personen bestehen. Das heißt, wir eine Monoschiene, also das heißt, ein Zug, der nur einmal hin und her pendelt, macht keinen Sinn. Wir wollen hier mehrere Züge stehen haben. Aber das ist erst mal der grundsätzliche Gedanke dieses Bahnhofs. Wie funktioniert es? Die Technik ist relativ kompliziert. Wir haben hier oben einmal das Ding hier, das ist so ein versteckter Block in der Wand. Das Ganze habe ich euch in einem Sekundentutorial vorgestellt. Ich habe ja Sekundentutorials auf meinem Kanal gesucht. Einfach mal nach Sekundentutorials. Dann findet ihr auf jeden Fall dazu die entsprechenden Tutorials. Und da habe ich schon erklärt, wie man dieses Ding hier baut. Das klappt sich in den Boden ein. Relativ einfache Geschichte. Wir sehen hier, zack, das kann ich jetzt nicht machen, weil da drunter eine Fackel ist. Doch, das müsste ich aber machen können, wenn ich mal kurz mir diese Fackel hier mopse. Zack, klappt sich das ein. No problem. Dann haben wir unten Slimebrook, der sich nach oben klappt. Schwieriger und komplexer war allerdings die Technik hier. Denn, wenn sich dieses Ding nach unten einklappt, ich hoffe, ich weiß ja was, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Wir können ja mal einen Zug hier herfahren lassen. Wir können ja mal folgendes machen. Machen wir mal so, so, so. Dann können wir das System mal quasi live beobachten, wie es funktioniert. Es ist tatsächlich komplexer, als ihr denkt an einigen Stellen. Und zwar, hier oben ist der Gag bei diesem System. Ich überlege mir nochmal, ob ich vielleicht das tatsächlich euch in einem Tutorial zeigen werde. ähm, 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 tell IOSA gleich, ähm, bin gerade in einer Aufnahme. Und by the way, wo ich gerade schon dabei bin, Tigger Rack, Trigger Rack. Dann wissen auch die Bescheid. So, pass auf. Und zwar funktioniert das hier wie folgt. Wir, ähm, lassen den mal, äh, jetzt aber. Hab's total vergessen. So, wir lassen mal den Zug hier runterrollen. Jetzt pass auf, genau was hier oben passiert, wenn der Zug hier einfährt. Und zwar, wenn jetzt das hier oben aufgeht, wird einmal hier die Schiene hingesetzt und wieder weggenommen. Dann geht das nach unten, dann kommt der Zug, setzt sich hier hin und dann schießt das Ding den Zug nach oben und das Ding schließt sich im richtigen Moment. Nice Sache auf jeden Fall. Ähm, und die Besonderheit ist, wenn ich jetzt den zweiten Zug hier nochmal runterrollen lasse. Alles klar, den sollte ich mir vielleicht auch nochmal holen. Dann seht ihr nochmal, wie genau und wie smooth dieses System funktioniert. Vergesst nicht, Schienen können auch von Slime-Blöcken verschoben werden. Deshalb muss die Schiene immer von den Slime-Blöcken weggenommen werden, bevor sich das Slime-Block bewegt. Und genau das passiert hier, wir sehen uns das nochmal an. Also, passt auf. Der Zug, das Ding hier öffnet sich, da, Schiene wird hingesetzt, Zug fällt drauf, fährt los, Schiene wird weggesetzt, Slime-Block nach unten gesetzt, neuer Zug kommt von unten, fährt hier hin. Und ab jetzt läuft das System, glaube ich, in einer unendlichen, ah, ich hab's kaputt gemacht. Lel, ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's putt gemacht. Ja, äh, das darf natürlich nicht passieren, dass so schnell hintereinander ein weiterer Zug einfährt. Dagegen werden wir nochmal einen Schutz einbauen, das Ding jetzt zu schnell. Man muss immer nach der Abfahrt bei diesem Bahnhof 15 Sekunden warten, bis der nächste Zug sich hier hingestellt hat. Aber diese 15 Sekunden, das ist, ehrlich gesagt, keine schlimme Wartezeit, wenn man mal bedenkt, wie krass dieser Bahnhof ist. Denn man sieht, man taucht in den Boden ein, man fährt direkt in den Boden rein und fährt dann wohin zum Hauptbahnhof. Den möchte ich euch natürlich auch nochmal zeigen. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, in der letzten Folge haben wir den Bahnhof gebaut. Heute ist es ja keine Baufolge oder Cut-Folge, sondern heute ist es eine Zeigefolge. Und eine Sache werde ich euch noch zeigen, die wir bei uns haben, da sind wir auch schon durch. Wenn ihr sehen möchtet, wie sowas gebaut wird, dann joint doch einfach meinen Livestreams, dort werde ich diese großen Bauarbeiten machen. Aber nein, keine Sorge, liebe YouTube-Community, es wird auch bald wieder Folgen geben, in denen ich auf YouTube bauen werde oder Sachen bauen werde. Nur aktuell ist dieses zeitlich nicht möglich. Bald allerdings beginnen so richtig meine Semesterferien und dann müssen wir uns, was das angeht, keine Sorgen mehr machen. So, Sorgen mache ich mir eher, da ich gerade nicht weiß, wo der Eingang in den Bahnhof ist. Das wundert mich doch gerade wirklich sehr, denn irgendwo hier war doch da, da ist es, der Durchgang, der dann später in den Bahnhofsbereich hereingeht. Der Bahnhof, der soll ja auch von Early's Haus aus erreichbar sein. Zinus wird eventuell auch an den Bahnhof angeschlossen. So, und wir sehen, hier ist das ja, das ist ja der Bahnhof, das ist ja schon die Schiene, die zu uns fahren wird. Gehen wir mal rein. System funktioniert, ist zwar noch nicht so wunderschön dekoriert, aber funktioniert soweit erste Sahne. Janus ist soeben dabei, das Haus zu bauen. Wir werden jetzt in die Bauarbeiten von Janus quasi mal reingucken. Wenn ihr das fertige Ergebnis des Hauses sehen wollt, dann guckt ihr am besten mal auf Janus' YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, wie schnell er ist, je nachdem, wie schnell er ist, sind die bereits schon fertig und ihr könnt schon auf Janus' Kanal sehen, wie unser Haus, unser richtiges Haus am Ende aussieht. Es sind einige sagen, Moment, kurz Haus, wie, du hast doch hier schon ein Haus. Ja, das ist unsere Base. Die besteht einmal aus dem Redstone-Shop, einmal aus der Einsatzzentrale, in die ich jetzt gerade fahre. So, und das hier ist die Einsatzzentrale, in der ich mich jetzt befinde. Und dann gibt es aber noch unser Wohnbereich, der Bereich, in dem wir uns entspannen, in dem wir uns ausruhen, in dem wir schlafen können. Und das ist die Sache, die wir hier oben bauen. Hat Janus da Obsidian hingebaut? Er hat da Obsidian hingebaut. Janus ist nicht lustig. Nicht lustig. Nicht lustig, das ist nicht lustig. Ähm. Fail. Nein. Warte. Wie. Neu. Wie. Neu. Okay. Einverstanden. Okay, ich wollte gerade sagen, ich dachte jetzt, Janus wollte gerade sagen, so, wir müssen den ganzen Fahrstuhl verschieben, weil sein Haar, okay. Janus ist ein, was das angeht, Idiokratist, wenn es um, wenn es um Symmetrik etc. geht. Es muss alles immer top symmetrisch sein. Aber, wie wir sehen, Janus, der gibt sich Mühe. Das wird bestimmt richtig cool aussehen. Er baut hier gerade schon mal fleißig einen Pokeball. Wunderbar, gefällt mir gut, dieser Pokeball. Also, was ich noch hier gebaut habe, ist diese super duper einfache Tür. Wir sehen, die öffnet sich, wenn ich auf die Druckplatte gehe. Aber wir haben jetzt folgende Idee noch gehabt. Und zwar, dass wir die Druckplatte nicht, äh, dass wir die Druckplatte nicht von innen der Tür bedienen, sondern dass wir von innen die Tür mit einem Knopf bedienen. Wenn man den drückt, dann öffnet sich die Tür von innen. So, wer weiß, warum. Ganz simpel, wegen der Pigments sollten die mal hier spawnen. Werden die irgendwann früher oder später in den Lava laufen und alles ist gut. Gut, okay. So, Janus ist jetzt fleißig dabei, das zu bauen. Wir werden uns überraschen lassen, wie das dann am Ende aussieht. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und joint gerne in den Live-Veranstaltungen. Aber ansonsten wird es auch auf meinem Kanal natürlich weiterhin Videos geben. In letzter Zeit nicht mehr so ganz häufig wegen Uni. Aber ich hoffe, dass ich das bald wieder aufstocken kann an dieser Stelle. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!